Was ist mit dem Rest? Der Rest kann sich nicht einigen, oder? Irgendeiner fehlt doch hier wahrscheinlich, oder? Fehlt hier nicht irgendeiner? Hab ich alle einen? Ja, die wir Dekotisten, die können zum Glück eh nix. Die können ein bisschen mehr. Ja, es sind nicht zu viele. Bitte mal auf die Großen. Zuerst. Na, das sind echt alle. Cool. Kultisten, als wenn die irgendwas können würden. Ich will jeden Mann, der fällt, komme zehn Männer nach. Wir werden sie nicht im Stich lassen, Sir. Mein Gott. Hier sind nur so Dinger, die einer entbauen. Es ist eine Ehre, dem Imperium zu dienen, Sir. Donat, da zu viele waren. So, einmal in die Mitte stellen und einmal auf alles gleichzeitig ballern. Zehn, acht, neun. Quasi frei Wahl, Jungs. Steht brav auf alles geschossen, was da ist. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da gehört die nämlich auch gleich mir. Oh, da kommen wir hier raus. Und direkt wird gewechselt. Ja, immerhin ist die KI dafür schlau genug. Manchmal ist die KI ja ein bisschen intelligent. Aber nur manchmal leider. Leider nicht immer. Bin ich eigentlich hier auf der Karte? Die Karte ist schon sehr strange. Sind da noch Gegner? Ah, die einen da. Hier haben wir das Truppenlager. Bams. Chaos-Tempel alle machen. Kann da keiner mehr rauskommen. Einmal das Ding. Und einmal nochmal in Chaos-Tempel. Dann haben wir ja auch alles eingenommen, Gott sei Dank. Und dann gehören uns gleich auch die Einheiten. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Voll die coole Basis haben wir dann hier. Von hier aus kann dann erstmal keiner mehr kommen. Dachte ich. Komm, übernehmt das. Oh, wieso fallen die denn jetzt erst an? Sind die denn doof? Na egal, die halten hier nicht raus. Ich bin nämlich schon tot. Och, mach doch mal, Jungs. Mach doch mal, mach doch mal, mach doch mal. Ich will hier die Geschütztürme haben, bitte. Na komm. Perfekt. Ja, das war so klar, dass die jetzt kommen. Es wird erledigt, so wie ihr es wünscht. Beginner Konstruktion. Killen die den? Ja, die killen den. Natürlich killen die den. Ich war sie schon tot. Oh, die halten ganz schön was aus. Halten die ganz schön was aus. What the fuck? Okay, ich muss die doch alle ausbauen. Das war klar, dass jetzt mir die Orks in den Rücken fallen. Das war jetzt sowas von abzusehen. Scheiß Viecher, ey. Scheiß... Scheiß Orks, ey. Weiß mal noch nicht, wie ich hier oben hinkomme. Kann man einfach hochlaufen? Nein, kann ich hier weiterlaufen? Für den Ruhm des Imperiums. Hier kann ich weiterlaufen, ne? Kann ich auch nicht. Soll ich mich jetzt verarschen? Für den Ruhm des Imperiums. Es wird erledigt, so wie ihr es wünscht. Kümmere mich drum. Wo bleibt die Unterstützung? Ich werde den Schmerz der Maschinen lindern. Sie kommen! Den würde ich gerne killen, aber wie komme ich da hin? Los, los, los! Ähm. Achso, ich kann nicht hier runterlaufen, ne? Einfach. Klar. Natürlich. Wäre auch viel zu einfach sonst. Ah! Ihr braucht meine Hilfe! Auf geht's! Ist quasi schon erledigt. Ich werde mich beeilen. Ich werde mich beeilen. Zack. Ah! Eine echte Herausforderung! Ah! Ihr braucht meine Hilfe! Auf geht's! Es ist meine Pflicht zu dienen! So macht Reisen Spaß! Das ging schnell. Wie schnell hast ich den gebaut? Sie haben sie schon erledigt. Krass. Ich habe so eine Zentrale. Übernachse, wann kann ich die denn bauen? Machen wir doch mal. Eine echte Herausforderung! So macht Reisen Spaß! Seid ihr sicher? Achso, ich kann nicht mehr aufnehmen als das. Aber ich komme nicht mehr rüber. Weil die das Ding kaputt gemacht haben. Das heißt, im Endeffekt habe ich schon verloren, ne? Wenn dies der Wunsch des Imperators ist, so macht Reisen Spaß! Seid ich das richtig, da ich gar nicht mehr gewinnen kann? Ja, hier sind die Tunnel, das ist alles super. Ihr fräggelt's. Ich glaube, ich kann gar nicht mehr gewinnen, ne? Ich glaube, ich habe echt vergackt gerade. Ist quasi schon erledigt. Oder kann ich denen irgendwie Sprungmodule beibringen? Wie lauten die Befehle? So macht Reisen Spaß! Ah, äh, 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 ihr braucht meine Hilfe! Ja, keine Ahnung wohin. Hierbei. Lasst uns aufbrechen! Dann habe ich hier den ganzen Haufen und ich kann jetzt hier machen was. Wut, Plattenrüstung, Kämpfen bis zum Tod. Und... Es wird erledigt, so wie ihr es wünscht. Aber ich komme hier nicht mehr rüber, ne? Das ist nicht gut. Ich komme hier glaube ich nicht rüber, oder? Komm ich nirgendwo hoch? Komm ich hier irgendwo lang? Wie geht das? Los! Ich probiere das mal eben. Ich komme hier nicht hoch, ne? Befehl wird ausgeführt, Sir! Befehl wird ausgeführt, Sir! Oder? Ihr habt ihn ja gehört! Los! Scheiße, ich komme nicht mal hier lang. Oh, wie ätzend. Ja, da habe ich vergeigt, ne? Würde ich sagen. Auf geht's! Okay, äh... Ich starte dort nochmal neu. Das, äh... Kann ich nicht mehr schaffen. Dumm, dass das Spiel das nicht merkt, dass ich es nicht mehr schaffen kann, weil das Ding da weg ist. Kacke, ey. Ich komme ja nicht mehr über die Schlucht drüber. Okay, ne, kann ich nicht mehr schaffen. Geht nicht. Sorry, tut mir leid. Da habe ich vergeigt. Da, äh... Muss ich nochmal... Muss ich ausmachen. Muss ich nochmal neu starten. Neustart. Gut, dass die, äh... Extra eine Knopf dafür gibt. Ja. Möchte ich. Scheiße, ey. Okay. Habe ich, äh... Nächste Mal da besser aufpassen. An der Stelle. Diesmal weiß ich, ob es geht. Wir haben schon Schlimmeres überstanden. Ihr habt Schlimmeres überstanden, ich weiß. Versuchen wir es nochmal. Bitte mit Einheiten. Einheiten? Ah, da kommen wir da. Nein, nein. Aus der Walküre. Noch ein paar mehr? Vielleicht? Noch ein paar mehr, danke. Wie lauten die Befehle? Mir nach. Immer alles auf die Orks. Immer alles auf die Orks. Bamm. Alles in grün und breit sein. Der Sieg ist uns gewicht, wenn dies der Wunsch des Imperators ist. Bei der Macht des Imperators. Ich werde gehorchen. Dann komm doch rüber geflogen. Komm. Komm. Flieg. Flieg richtig. Arsch. Arsch. Ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die kommen jetzt. Versuchen uns zu töten. Aber da habe ich was gegen. Wie lauten die Befehle? Nummer eins. Nummer zwei. Und ich bin mal rein. Mein Geist verträgt großen Schmerz. Lass ich die mal da. Komm, die lassen wir mal da für alle Fälle. Man weiß ja nie, wie es ein paar Gutes ist. Links. Links. Bei dem Imperator. Diese Verteidigungsstellungen werden uns verdammt nützlich sein. Ja, werden sie. Wenn wir sie einnehmen, können wir die Überhand gewinnen. Und die Feinde des Imperators in die Flucht schlagen. Für den Imperator und das Imperium. So. So. Was sollen wir tun? Schafft er nicht? Schafft er nicht? Schafft er nicht? Schafft er nicht? Ach, scheiße. Haben sie noch geschafft. Boah, sind das viele. Ich sollte vielleicht mal einen Nachschub bauen hier, ne? Alter, die fallen wie die Fliegen. Seid ihr sicher? Mein Geist hat großen Schmerz. Ich zeige. Komm schon, komm schon, komm schon. Ey. Komm, der hier ist fast hoch. Perfekt. Mein Geist hat großen Schmerz. Oh, Gott sei Dank. Kümmere mich um das Ziel. Mein Geist verträgt großen Schmerz. Die macht neun, ja. Mein Geist verträgt großen Schmerz. Ein Druck, da lassen wir noch mal her. Haben wir gemerkt, dass das nicht so unwichtig ist? Ne, ich bau da einfach Bolter Geschütztürme ohne Ende hin. Große ist nicht schwer. Verteidigen dagegen sehr. Mein Geist verträgt großen Schmerz. wir bauen ein verbollter geschützt wird ausgeführt so und das chaos kommt das gleiche oder kommen jetzt noch mal erst kommt noch mal immer ein nach dem anderen was zum nkw hat mir den aus ich nicht 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 mein kommandant die hat zermetzeln habe ich auch nichts gegen es ist eine ehre dem imperium zu dienen ich beeile mich hier extra aber was nicht ist ist es nicht ich habe mich hier ich habe mich auf meine hilfe ich habe mich hier braucht meine Hilfe.